Hör auf damit, ich bin sehr froh, wenn ich überhaupt hier drin bin. Nee. Doch. Wo ist der Kevin? Nach Hause schon. Nee. Ach ja. Alles klar los hier, wir schauen, können wir vollgas, es geht los. Geht's hier auch eh nachher wieder runter. Oh mein Gott, Moritz! Ja, die resten sind Dinger, ey. Oh mein Gott, Moritz! Ich weiß es nicht. Der ist schlecht. Das wird zu langsam. Das geht einfach, das Schaufel wird zu langsam. Boah, krieg's flack, ey. Schlecht, Mann, ey. Was ist denn, Schaufel? Oh mein Gott, du musst einfach denken, dass das schnell ist. Das ist voll schnell jetzt. Ich muss einfach denken, dass das schnell ist. Hey, ja, ja. Jaaa. Aua, meine Hand, ich habe die auf meine Hand gesetzt. Wenn er jetzt fragt, wollt ihr noch mal? Nein. Geht da nicht anders? Ja, doch, der kann anders. Wir schaukeln noch mal, ihr kriegt noch eine Runde. Nö, mir ist schlecht. Achtung bitte, es geht doch mal los. Ich auch. Ich hoffe, ich kann das, was die Kaisers können. Mach mal Not aus, kotze ich gleich auch noch. Das ist Erika sauer. Der Kotz, der Pots. Ganz schnell, wenn sie dann kotzen, ist nicht mehr schlimm. So, dann kotze ich direkt hinterher. Mir ist schlecht. So, jetzt sind wir fertig, ne? Naja, ich glaube, dann bin ich durch. Oder den jetzt nochmal, dann wäre wirklich Ende. Dann wäre es doch komplett tot. Neue Runde, neue Reise. Wir hatten...